Ja, wir sind hier am Bahnhof Esslingen und hier kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person unter den Zug gekommen ist. Ja, also die Person war unter dem Zug eingeklemmt, war ansprechbar und wir haben dann sofort mit den Erstmaßnahmen begonnen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die Person befreit unter dem Zug und sie dann am Bahnsteig erst versorgt. Ja, wir haben einen Rettungshubschrauber aufgrund des Verletzungsmusters hinzugezogen. Ja, der Bahnhof wurde weitgehend evakuiert in dem Moment und wir haben Betreuungskräfte vor Ort gehabt, die sich in der Zeit um die Reisenden gekümmert haben. Ja, der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber vor Ort.